Die Rote versaut. So, wir kommen zurück in der Aufnahme und ja. Dieses Mal mit einem random Typen und Cedric ist weg. Ja. Technische Probleme und so. Controller zerstört. Unter anderem. Oder der Controller zerstört ihn. Das auch. Ne, der Typ hat einen Hut auf. Ist aber hässlich. Ja. Klappen. Wo wollen wir campen? Boah. Der wird mir als Freund angezeigt. Hat er sich unbündernd? Ich weiß nicht, wo ich hier campen soll. Ich auch nicht. Panzerung aufgesammelt. Zeigte die Gäste aus. Wo kommen die? Von beiden Seiten. Ich hab auch noch keine Sterne. Hat die falsche Waffe gewählt, der Arsch. Wir müssen uns ne Posi suchen. Ja. Hier in der Halle. Hier ist ne große Halle. Ja, warte. Hier versuchen wir. Nein. Geht grad nicht. Ruben, komm her. Geht nicht. Dann gebt ihr mal Mühe. Das erste Mal im Spiel. Ruben sind alle tot. Da ist nur einer. Wenn du Ruben tot ist, ist ja noch nicht so schlimm. Weil, sodass nur einer ist, kommt mal hier in die Halle am besten alle. Ja, warte. Ja. Kommt ihr in die Lagerhalle? Oder nicht? Ja. Wo kommt ihr? Wo kommt man mich denn da super? Uah, ich wette schon. Nein. Außen lang. Äh, ja. Mach mal hier in die Halle. Die Halle ist aber stark. Da war ich eben. Ey, kann man das nicht anschnitten und auch an einer Steckdose aufladen? Ja. Ja, in einer Weise. Ja, das geht. Abgaben, ja. Das geht. Ich brauch so, ich muss doch jetzt ein iPhone kaufen. Das ist nur so eine USB-Adapter, die auch bei Handys dabei ist. Ja, ja. Ich brauch das, ich brauch das. Ich brauch das. Ich brauch das. Ich brauch das. Scheiß auf das Handy. Das brauchst du in der Aufnahme nicht. Also echt? Im Gegenteil. Die sollten immer lautlos gestellt werden, bei der Aufnahme. Wäre besser. Nein, der ist gleich noch volle Pulle. Nein, ich weiß nicht, der Anschluss ist da unten. Wie wäre das mit dem Roller? Na gut, letztendlich kann auch der Anschluss des Controllers sein. Ja, schneller, Armin. Na, dann wird's aber scheiße. Bei einem von euch ist noch einer. Äh, ich muss den Montag zum Halten auf jeden Fall. Es war schon so. Geht er aber noch? Er ist komplett leer, aber er flinkt. Er ist voll ganz am Ding, boah. Er ist voll ganz am Ding, boah. Ey, Rofen, du hast da mal richtig gelegt, oder? Ja, ja, ich weiß. Aber der legt nicht, Mann. Meine Weste. Ich hab's noch mal richtig gelegt. Na, ich hab's noch mal richtig gelegt. Ich hab' ich noch mal richtig gelegt. Ja, ich hab' die Mg aufgesammelt. Ich hab' da mal richtig gelegt. Ja, dann kannst du mir das mal lassen. So, kommen wir jetzt noch bei euch da, wenn ich fahre, oder? Wie die nach einer Kugel tot sind. Hier ist es einfacher, die Leute zu töten, als im normalen Anleihen. Jetzt hab ich die mal auseinanderbauen sollen. Nein. Das war's mit Garantie. Na, ich denke mal, die wird er eh nicht mehr haben. So viel Air-Controller schottet, wird er sich oft genug einen neuen holen. Im Moment kosten die gar nicht mal so viel, muss ich sagen. 50 Euro, also? Nee. Ruben hat sich auch ein billiger geholt. Ich will aber kein Nachgemacht. Nee, ist ja keiner. Am besten würde ich genug nachgemachte, Alter. Ja. Halten wir wahrscheinlich mehr aus. Bei Cedric ist das zumindest wichtig. Wartet bevor ihr den letzten tötet. Mann, ich wollte das Gefecht zu mir doch holen. Das ist jetzt weg. Damit wir zumindest Munition davon bekommen. Oh, ich hab diesmal recht gut abgeräumt. Und ne Weste brauch ich. Nein, nicht mehr angebaut. Ich aber. Und Raketenwerfer ist da hinten, das heißt vielleicht kommt Heli. Na heiliger. Och, es ist doch. Und jetzt ist das Haustelefon. Ja, es ist herrlich. Geh dran. Ja, deine Mutter will grad nicht. Nö, keinen Lust. Ich merk's schon. Endlich. Nee, doch nicht. Wenigstens ist es halb bis leise. Na ja, das hört ganz schön laut. Ja. Ich hab irgendwie das Gefühl, das wird immer lauter. Eigentlich bestimmt das Amazon-Räsche, hä. Geht halt, dass deine Mutter nicht rangeht gerade. Was weiß ich wo die ist. Da kommt ein Heli. Ja, da ist ein Heli. Erstmal alle Deckung. Ja, alle Deckung. Ich bin hier mit dem Feld in die Sterne. Ist das mein Problem? Ich glaub, die ist irgendwie meine Schuld. Nein, du suchst dir ja keine Deckung. Achso, ich dachte grad schon, der erste ist tot. Wieso sind das immer nur die einfachen Cops? Ja, das weiß ich. Ja. 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 Ich hab eigentlich auch nicht mehr zu. Das war's. Du dick! Du dick! Was ist das? Sooo, wieder Ton da! Da hinten sind Granaten! Ich hab noch genug! Was für Granaten? Was für Granaten? Ach, normale. Kann ich nicht einsammeln, volle Munition? Ich auch. Was sollt ihr denn? Ich wandern die mich einfach ab hier. Frechheit. Ja, ne? Das sind Bullen, die sollten doch vorbildlich sein. Also echt? Allein schon im Zielen. Weil das vergeigen sie auf jeden Fall. Ne, ok, jetzt jedes Mal hab ich's vergeigt. Grad. Ich halte einfach nur die Ausschau in den einen Gang. Ey, ich hab mal gesagt. Da holst du alle raus, auf den mich verlaufen. Umso länger überleben wir. Alter, wir sind schon Welle 6. Ja. Ja. Ruben. Hallo. Ernsthaft. Hallo. Schlecht. Einfach nur schlecht. Nein. Das war die Mutter. Ja. Willkommen in der Aufnahme und so. Ja. Hast du auch ein Bagger, ne? Ne, wir stehen hier. Kannst du ja auch wieder mitnehmen. Dann nicht. Ja. Ja. Ja, frisst da erstmal einen Waffeln. Fressen ist etwas. Aber wir haben recht gut, wir überleben recht gut gerade. Easy going und so. Mir hämmern die Tasten ein. Ja, weil der eine Typ mich gerade meine Panzerung wegheifen wollte. Ach, hier liegen Granaten rum. Ich hab zählen die schwere Schweizer. Schwere Schnieper? Aha. Nach der Runde sind wir auf jeden Fall Level Up. Also ich auf jeden Fall. Was macht der? Das sind Bullen, das braucht man nicht fragen. Ne, was macht mein Charakter? Verdammte Scheiße hier. Ja. Du meinst immer wieder die. Ne. Die machen ja auch immer recht fragwürdige Sachen. Naja, die sind fragwürdig. Werden sie benötigt oder nicht? Die Antwort ist NEIN. Einer von euch läuft voll rein in den Spawn. Ach, Jan. Egal, dann kommen sie halt alle auf der Seite. Ist mir auch recht. Aber nicht wenn der hinter mir spawnt. Einer will. Jan, bleib aus dem Spawn raus. Bleib aus dem Spawn raus. Was? Die sind gerade alle hinter mir gespawnt. Das ist falsch. Ich will aber gehen. Nein. Lappen. Ich denke, da ist ein Helium, ne? Kann das sein? Ja. Ja. Der hat mir mal gerade die Zeckung einfach gezeigt. Lappen. Scheiße. Wenn du da auf die Karte achten würdest, das hättest du schon gemerkt. Da kam er bei Street, ja. Aber er kam. Das Beste ist, ich hab eh den Tube reingepackt. Jawoll. Sieben, lass ihn uns mal alleine los. Sind eh nur noch drei die Gegner und der Gegner. Ciao. Los, schieß. Einen Gegner. Hol dir auch mal den Helium. Nein, lass mir den Gegner. So, drei Raketenwerfer schluss. Ich hab auch noch einen oder zwei. Ich dachte 1999. Ne, den hab ich noch nicht freigeschalten. Bam! One and K.O. Der ist noch nicht beendet. Irgendwo ist noch einer. Kann bleiben. Auch mein Motor telefoniert raus. Ach, siehst du am Computer ja, ne? Mhm. Ach, jetzt ist beendet. Fritzbox for the win. War aber kein Gegner mehr da. Fritzbox for the win. Mann, seid ihr schlecht. ich bin hier im falschen Gebet, ich bin im falschen Gebet... Okay, dann gucken wir lieber in die Richtung. Weil hier in der Halle ist von auch gerne welche. Nein, verdammt. Kriegt er die Kamera nicht so schnell rum. Musst du so machen. Zielen und gleich wieder loslassen und ziehen. Ja, ging aber an, wie bei der so nicht gesehen hat. Und ein bisschen muss man ja die Richtung vorgeben. Das stimmt, ja. Alter. Was geht ihnen denn jetzt hier ab? Das kann doch nicht so gut und jetzt verkacken wir alle. Ich versteh gar nicht warum. Ist doch nicht mal so, dass es viele Gegner sind. Doch, jetzt wären es hier auf der Seite welche. Mhm. Wo ist der Spieler? Wo ist sie weg? Wo ist sie weg? Wo ist sie weg? Wo ist sie weg? Solange kein Heli kommt ist es easy. Gerade die Stellung zu halten. Ja. Hier ist es auch einfach die Stellung zu halten. Das ist der Vorteil. Solange die von beiden Seiten immer welche kommen. Warte, die kommen hier rum. Gewachte Volleingang. Ich bewache hier hinten. Ja. Ja, ja. Okay, Fahrzeug komm. Zwei Stück. Ja. Komm, Welle 8 schaffen wir noch. Schaffen wir noch. Hallo. Wir erreichen locker noch Welle 9. Easy. Massenfallen aus dem Auto. Plopp, 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 plopp. Warte, da hinten ist noch einer. Ja. Das ist ein scheiß Auto. Hat er sonst noch einen Spieler. Spielerfreundling. Wir müssen aber auch gleich wieder schön Munition kaufen. Ich kaufe die ja dann auf dem Spielclay. Ich muss mal gucken was ich so für Waffen freigeschaltet habe bzw. Erweiterungen. Mission geschafft. Aber sauber hast du das Spiel noch. Ich habe richtig viel gekillt. Was? Du warst ja sofort tot. Runde ging los tot. Wo bin ich denn hier eigentlich gespawnt zu machen? Ach, hier bin ich. Oh, Todbringer, 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 Todbringer. Gatling heißt die. Todbringer. Ich habe einen Granatenwerfer aufgesammelt. Warum ausgerechnet du? Keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass es das ist. Ich kann sie hier hinschmeißen, denke ich mal. Oder auch nicht. Vor allem wenn ich mir überall festhacke. Jan, bewacht mal den anderen Seite am besten. Ja, geh weg da aber. Mal andere Seite, weil von hinten kommen die sonst. Da ist doch wer von unten zu fahren. Autsch. Wo? Meinst du da wo die gerade sterben? Hm. Mal leben. Mal. Versteigen. Mal. Aber ich glaube kaum das es ein COD-Auto eingeht. Hey da ist ein Golem mit Todbringer. Die kommen zu einem Todbringer. Mal. Ich glaube nicht das es dir ein COD-Auto eingeht. Was? Ich glaube nicht das es ein COD-Auto eingeht. Na doch. Leicht ist. Leicht das. es ist ja nur ganz wenig ich hab mir jetzt einfach mal einen neuen Kontrollen bestellt wie viel hat das in 40 oder was? ja 40 neun war's Welle 9 ja mit Dings Gold ich hab mir am Montag richtig und ich hab mir noch ne Fälsch Gold ne ich hätte mir aber mal so einen gleichen richtigen bestellt für 40 ne da kostet die auch 50 gut ich hab einen hier für 40 knapp gekriegt oh Jan lieber noch mal aufhören zu zielen und dann noch mal schießen ja ja mir tut's leid alter er macht's auch nicht lange haben wir uns das Kampfgewehr haben wir uns das Kampfgewehr der Karabiner ist eh geil als Waffe der letzte Gewehr wo guckt er hin? das werden wir auch grad so gefragt äh hast du den ähm hinter sich hinter ihn hinter ihn hinter ihn hinter ihn hinter ihn ähm hast du den Silber? nein hat keinen Silber an den schwarz zwei schwarze hat er im Ganzen ja den einen benutze ich grad ja wow 14 taus oh ey 4 zu 4 kann man machen und mir fehlen vielleicht noch 100 xp oder 5 xp oder so zum Level ab was wolltest du Cedric? ähm 42,90 ne? feiermodus kann hinkommen muss ich noch mal gucken was ich bezahlt habe boah ein kindle feier HD super treffen sollte man schon Alter und mir fehlen noch PS3 Duoshock 3 Controller 140 xp fehlen wir noch warte mal für wie viel hab ich den bestellt zeigt er mir jetzt natürlich grad nicht an Alter aber das grad hat's gebracht die Runde und die war gar nicht mal so schwer eigentlich an sich also damals hat's mich noch 49 gekostet aber es geht wer ist denn da bei mir? achso Jan hallo Jan ja ich bin da gefahren wo ich dem jetzt schon angenommen hab wir haben noch 2 Stück ich hab nicht weiter vor dich weiter zu verprügeln sorry also mach jetzt mal auf den Boden okay wenn du so willst wir machen jetzt überhaupt nicht mehr mit oder was? ja die Dämonen können wollen ey Huren dich um mhm das ist echt wildest du? ne äh ich hätte noch 2 Stück im Angebot ich fresse erstmal was da oben da oben Überlebenskampf hey 2 Stück lass dich doch meine Ruhr fressen 2 Stück gibt es noch der jetzige der ist 7km entfernt äh da ist bei mir ein Ganggebiet gewesen gerade Überlebenskampf ist immer gut ne? da hinten ist ne Kiste Vorratskiste ey warum sind die Missionen da bei den golden? also gelb was weiß ich ich glaube das sind nur markierte Ganggebiete die dann doch nicht gehen naja eigentlich fänd die nicht angezeigt so eigentlich du kannst ja nochmal hinfahren vielleicht ist es ja dieses Mal irgendwas anderes vielleicht gibt es ja immer irgendwas besonderes ich hatte noch nie so einen goldenen äh Stern da lauern nur die Beulen der 6 markierte Schatz in die Falle mhm mhm ach das ist ein wunderschönes Auto hätte es sein wenn wir die Karre haben ich find voll geil dass ich mit diesem Wagen selbst dem steigsten Berg hoch komme mit die PS Anzahl hallo willst du mal fahren? wow aber ich bin auf 4 Rädern gelandet schafft nicht jeder so gut zu landen wie ich na gut viel PS und nicht all zu viel Gewicht ja hält sich gut in der Luft mhm ja ja das ist ein Ganggebiet wie hier das müsste aber gehen oder? ne das ist dasselbe wie bei den mhm vielleicht sollst du genau das machen irgendwas ich kann ja mal testweise einen Tank hochjagen ja ne dann flüchten die glaube ich nicht auf den Tank das ist Öltank beziehungsweise du musst auf die Ölspur da unten schießen dann ja die entzwammt sich dann und dann pfff mach das los ah Gangangriff wer verreckt ich komm zu dir warte irgendwas so was von sterben hinter dir vor dir überall ich sehs ah hier ist auch ein Ganggebiet Autsch den ich hab hier hinten aber erstmal behol ich die Kiste die Roycher zum Glück gar nicht welche? die Kiste nein die Roycher hat nicht aber äh ja die ist markiert ja der ist nicht zu knapp da hinten war doch achso jetzt ist das Ganggebiet wieder angezeigt so Carabiner und ich bin Level ab Level 50 einen Namen gemacht hab ne Trophäe bekommen weil ich Level 50 erreicht hab du du oder was ja ich hab mir einen Namen gemacht ja hallo 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 immer im Auto immer im Auto Gang an so ich hab mir jetzt beide gekauft bei Amazon einfach mal hat hat Bum gemacht aber dein Ping ist auch nicht ganz schlecht geht nicht so viel schlechter als meine auf jeden Fall ne ich bin da erstmal richtig ja 40 zu 50 ist nun jetzt nicht so der große Unterschied so oder wie seh ich das doch Risikounterschied ja mit meiner kann man die Schafletchen spielen mit deiner nicht mehr zu schlecht ist klar da steht so ein äh nö zu schlecht will keiner und bumm ums ich steh grad mitten in dem im Feuergefecht ist doch auch schön hier ist so ein schöner schwarzer äh ich wollte schon ein Container sagen aber ich lebe noch noch 14 Gegner hm ja und wartest du auf irgendwas was ja darauf dass du endlich mal was kannst awo da kann er lange warten also ich mein real life und GTA ach ne zu trotzdem wirds hier ein bisschen voll ach ne bei mir auch ach das passt noch what ich mein er fährt einfach so in der Luft hin ja ist doch schön macht doch Spaß nein das hat zu viel Luft im Weg ich glaub ich muss mich mal hinwerfen nein Mittagsschlaf machst du nachher ein Gegner noch ich laute euch glaub ich mal zu nem Rennen ein das Motorrad denn mach mal alles umgehen ne da hab ich jetzt kein Bock drauf äh rubern nein nicht ein Rennen ich lade euch gleich wieder ein ich hab auch ne Mission meinst du mein Lebenskampf ach ne doch ne warum zeig dann zeig dann dass eine Mission existent ist und dann ist es nicht Ausgesorgungsverfahren 1-6 Spieler mit neun Mission ok dann mach äh bitte beende es mal ganz kurz auf dann werde ich kurz zur Hälfte gehen und auf 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 auf